Das ist doch für euch hässlich, aber da ist es mit dem Transportieren am besten. Nö, alles gut, oder? Dick hat das ganze Game erzählt, Nick. Nick, du musst auf die andere Seite. Nick, das ganze Game erzählt. Nick, du musst dann auf die andere Seite. Das haben wir keine coole Balance. Garne mehr. Nick schickert es immer noch, dass es eigentlich ein Fahrer-Sitz ist, aber... Was? Den ich hab? Nee, den Nick hat. Sonst sind wir bei den Sachen. Nick! Das kannst du echt gehen, Marcel. Los gehen. Fahr mal los.